das ist ja passiert die haare geschnitten das hast du tatsächlich doch zur verfügung das hast du schon genau wie ich denn diesen nur anwanderung kommen auf und wie ich auch nicht und was ich jetzt nicht wenn man ein nennen er gibt es in der märkte an die märkte kaputt ist meine beinahe anschauen wir hatten das hübscheste hier tut ja nicht so lange der eigene schluss an hat außer sagte mir bescheid wenn es weitergehen können da geht weiter da wollte nicht irgendwie was so speichern du hast ja schon okay der schutz zur verfügung da wollte ich doch nicht rein das geht so die facke die facke ja mein auto ist kaputt oh ja das stimmt das war der fbi wagen so okay wer gibt es zu mehr wir sind schon eine nächste mission ja das ist ein bisschen untergegangen gerade ja was haben wir versorgt dass er bis dass die nächste mission schon gestartet ist wir sind hier ich sitz schon mit marcus im auto nur ihr seid nicht da wer macht das schild ich schille wir machen das schild party wir sind da genug leute da wir sind 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 hier wir sind hier Der sieht irgendwie eingeknickst aus. Ivan? Ja. Die Beluxer hat dich doch in der Garage gepackt, ne? Ich meine, wo du deine Autos packst. Da ist er. Von der Lur. Von der Lur. von der Lur. Von der Lur. Ah, keine Nahe Suchen. Ich hätte sagen, es war zu niedisch, aber ich will nichtRE Imbatzen. Gehen insaussend und sich für mehrere Krates, sie werden die all zusammen verlassen, und bevordet. As soon as sie wissen, du bist hier, Okay, die anderen sind auch da. Ne, Thomas ist noch nicht da. Ich könnte aber von mir aus rein. Das ist schon der Riks. Das sagte sie auch. Ich könnte auch. Von mir aus könnte ich aber rein. Aber wie ich so viele rein kriege, weiß ich nicht. Die Aussage habe ich schon öfters gehört. Und neun Monate später kommt die Rechnung, ne? Nice. Und dann teilst du dahin nach dem Leben lang. Oh, super, ich lach dir. Oh, jetzt bin ich wieder rausgekacken. Ich wollte mich nur, ich wollte nur in Deckung gehen und er geht raus. Fuck. Oh, super, ich intimidating. Ja rein, ich wollte irgen. Die. 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 Okay. Mensch, geht doch mal. Gut, Mary River Security überlebt also Granaten, auch gut zu wissen. Ah, alles wie in meinem Bunker. Mein Bunker ist draußen in Paletto Bay, glaube ich, irgendwo da. Ich habe die Ausrüstung. Das sind zweimal. Ja, ja, eine habe ich davon. Markus hat hier. Ja, ja, ja. Kann man die Autos nehmen? Geht das? Ja. Hallo, kannst du das verlassen? Simon! Machst du noch einen Jax? Wollt ihr noch einsteigen? Warte, ich komme zu dir, Markus. Ach, ernsthaft. Wer ist denn hier noch im Bunker? Ich, mein, mein, freut mich gerade hier. Sieh mit dem Handy an. Guck mal, guck mal, ich hab mein Handy nicht in der Hand. Ja, auch so sehen, hab ich doch gesagt. Komm, komm, komm. Einer weiter. Nicht der erste, sondern der zweite, genau. Vorne. Ich mach du vom Bunker, ne? Rechtsseite ist frei. Sehr gut. Ja, wir haben ein Fahrzeug. Ja, wir haben ein Corona. Wir haben ein Corona. Ah, dann bin der Sergeant. Willst du hier mit einsteigen oder fliegst du weg? Ich fliege. Warte, ich fliege weg. Wenn du fliegen kannst, wir haben zwei Helis an der Backe. Ich kümmere mich schon drauf. Bitte schön. Jo, danke sehr. Jetzt haben wir hoffentlich ein bisschen Ruhe. So, wenn der Thomas da hinten mal mit dem Ding die Verstärkung weg schießt, ist das auch gut. Da kommen wieder zwei Helis, Thomas, pass auf. Was denn? Vor allem, ich hatte gerade auf Ego-Sicht umgeschaltet, da war der in diesem Saltung zum Auto. Bye. Ja, gut. Mit dem haben wir ja schon die ganzen Supermärkte ausgeraubt, ewig und gestern. Ich habe auch alle durch. Alle 26 sind das insgesamt. Und was bringt einem das? Du kriegst ein T-Shirt oder T-Shirt oder Trophäe. Da wollten welche von hinten kommen. Das hat auch sie gesagt. Auch das habe ich schon öfters gehört. Da sind nochmal zwei Helis irgendwo. Aber ich glaube, wir haben jetzt... Ja, die sehe ich schon. Wobei das jetzt das letzte sein dürfte. Bitteschön. Danke. Sehr gut. Abgeliefert. Gut. Ja, kann man. Wir liefern immer. Ich gebe es euch 一 Mal darauf, auf jeden Fall. Ich also bei einem Vielen Dank.